Hey, hallo, hier bin ich, der Deadpool, und ich kündige jetzt diesen Part an. Der Depp von Lurker darf jetzt dieses tolle Video machen, und viel Spaß mit Let's Play Deadpool. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadpool. Wir sind immer noch hier und nicht schwul, und da oben müssen wir hin. Das ist das Sentinel-Teil, was wir brauchen für unseren Sentinel. Und wir haben zwar hier schon mal rumgefummelt, müssten es aber nochmal machen, weil, ihr kennt es ja, Speicherpunkt und so. Reicht mir deine Hand, Genosse. So. Ja, einfach mal da. Wow. So. Klong und so weiter. Hopp. Huch. Wobei, nur, sag mal. Brauchst einen Anschubser, oder wat? Wow. Alter, der ist ja jetzt hier hüpfiger beim Hüpfen als ein Grashüpfer. Oh. Shit. Haha. Nee, 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 nee. Ich knack euch weg. So, Leute, Leute. Im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich einen Ventilator. Denn es ist... Ach, halt die Fresse, Deadpool. Es ist so ultra heiß. Ja, spreng dich in die Luft. Hä? Wo ist denn noch einer? Den? Komm her, du Kasper. Es ist so unfassbar heiß. Das hältst du im Kopf nicht mehr aus, du. Und deswegen brauche ich hier eine Ventilatorenquelle. Da muss ich hoch. Und, äh, ja, ich, äh... Aha, und dann muss ich da hin. Okay. Deswegen, ich hoffe, dass es okay für euch ist, dass es nicht allzu laut ist. Doch entschuldige ich mich. Wieso? Wieso? Oh! Guck dir ein Tier. Ich wäre jetzt mal kurz hier... Einmal da, wohin, lang. Sehr gut. Muss hier immer alles mitnehmen, was man findet. So, immer mal B drücken. So. Natürlich. Mit Schärfe, als er das hier klingelt. Ja, 550er Combo. Bam. 59, Digga. Noch Fragen? Dachte ich's mir. Ähm. Gibt's noch was? Ach so. Haha, von der kam ich. Natürlich, Modsinn. So. Reicht mir mal deine Hand. Einmal schön reinstecken hier. Oh, let's pull some Strings. Äh, äh. So, ah. Schön. Eine Abkürzung. Als hätten wir's nötig. Hüp. Junge. Deadpool. Mach mich nicht wütend. Äh. Ähm. Bin ich hier falsch? Ja, und du? Toll. Hä? Was? Moment mal. Ich bummel nochmal dran rum. Das war irgendwie gerade strange. Okay, weiter geht's nicht. Ähm. We need to find a way to get that part up there for cable. Ach nee, echt? Wahnsinn. Nee, das ist zu steil. Da muss ich nochmal ranfummeln. So, nochmal hier. Stücken. So, bitte hoch. Ach, Deadpool. Ja, hoch. Ich seh. Aber, hä, wie komm ich denn da hin? Hä? Wie soll ich denn das jetzt machen? Nee. Äh, ja, danke. Hä? Ah, ich glaub, ich weiß es. Ja, manchmal ist es einfach zu einfach. So, oder? Könnte ich nämlich dahin, wo ich hin soll? Du. Ja, das hat mich auch gerade gefragt. Oh, Gottes Willen. War doch gar nicht so schwer, oder, Leute? Hallo, Dwarf. Lange. Gedauert. So. Och, nööööööö. Hä? Wo ist Billy? Genau, wer ist Billy? Billy Tennant? So, einmal wieder hier durchschneiden. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wer kidt mich da gerade? So, bitte. So, hey! Ach, komm! Das ist doch behindert. So, jetzt ist der Checkpoint-Guy. Und ja, natürlich holte ich mir das nochmal. Aber will ja ein bisschen hier auch, ne, leveln können. Puh! Wo latscht denn lang? Ah, schade. Wollte ich von hier oben absnipern. So, jetzt bin ich wieder dabei. Oh, komm ran, du Kack-Gratze! Ach, komm, was soll denn das? Ganz ehrlich, doch. So, nochmal runter. So, es kommt her. War gerade unfällig. Oh, komm ran jetzt. Oh, jetzt stirb halt. Ups, falsche Taste. Kann ja mal passieren. Oh, shiny. Was, shiny Pokémon? Hier? Krass. Muss hier fahren. Ey, ja, reiß mir rein. Ich hab's noch nicht erworben. Kack-Buhn. Wo hast du gerade geleckt? Ja, ich soll's ne Cable, ich weiß. Da ist er auch schon. Wey! Das ist der... Yo, Cable! Found the first part! Woohoo! Excellent! You're one step closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving! Hm, hm, hm. Ähm. Mach ich sofort, nachdem ich getrunken habe. So, natürlich jetzt Zeug einsammeln. Damit wir leveln können. Two parts? Really? Hehe, Rome wasn't built in a day. Ja, nee, ich glaube, Deadpool wird damit andeuten. Normalerweise ist es doch immer drei. Willkommen in Videospiele. Es sind eigentlich immer drei. Warum lecken das hier? Meine Plade ist fast leer. Hei, Leute! So. Boah, ihr mit euren Kackschilden, ne? Du mein Gefallen, Orange Deer! Du mein Gefallen, Orange Deer! Wow. Hast du überhaupt was gebracht? Ich halte hier meine Schusswaffen. Hält aber auch nicht so, weil ich wirklich sonderlich viel. So, lass den! So, jetzt hier mal ein bisschen Aktion, Leute! Aber irgendwie... Das ist auch nicht so... ...geil. ...geil. Das ist dein Gefallen! Hey, you know what, ...auch, das macht es besser? Boah, Mann! Nimm die Wop-Chargen! Suck it, Grabe! Ah ja, meine, meine Money ist leer, das kriege ich jetzt erst mit. Ich labere es mal die ganze Zeit und ich kriege es aber nicht mit hier. Super, bin ein Held. So, jetzt aber, jetzt mal. So, den haben wir auch da unendlich. Oh, ihr mit euren Scheißschilden, ne? Ich traf das nicht, wann die Schaden kriegen und wann nicht. Was soll ich denn auch machen? Das ist so doof. Zum Beispiel, Bob hatte eben ein Schild gehabt und Bob hatte jetzt kein Schild. Also, dieses, dieses, nicht Schild, sondern, ne, das andere hier, äh, diese, diesen komischen Dings hier, dieses blauen Dingens, äh, was sie halt drum herum haben. Weiß nicht, wann sie es haben, warum sie es haben und wann sie es nicht mehr haben. Weil du, wenn sie es nicht haben, kann ich bei denen Schaden machen. Ah, ist das komisch. Sching, kaching, ii, 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 w. Ähm, wo geht es lang? Ich glaub hier, oder? ich tue es einfach mal sah nämlich aus als ob es da nichts weitergeht das ist ein gegner du siehst mich nicht der hellste war der jetzt nicht ich meine ich starte vor dem die konnte mich nicht sehen also die helsen sind sie hier ich nicht ne was ich habe gerade zugehört sorry ich war gerade verwirrt bei den ganzen geilen sachen die hier umliegen aber den herrn ist der bräuchte wieder was ja auch so schrecklich so latschen wie der mich nicht sieht alle bist du grenzdebil oder was die schnapp ich mir aha wer wer wie wir haben ja jetzt siehst du mich ne also die intelligenz ist ja nicht so gerade die hohe höchste ich will mal den oma haben ich will mal den, komm komm los danke jetzt hätte ich gern dich komm ich denn da übrigens rüber vielleicht von dir ne auch geilen das nein, schade nein, sag mal, du idiot Junge wolle mich hier noch umschauen So, okay. Mehr gibt's hier nicht. Okay, hab's kapiert. Dann hier lang. Aber sonst gibt's hier auch nichts, ne? Ah, hier. Zeug. Yay. Ah. Die Gehirnzelle, äh, die Powerzelle. Ah, gut. Wo war das Ding nochmal? Achso, hier. Uuuh, da. Was kommt hier jetzt her? Stirb, stirb. Stirb, stirb. Na? So, und jetzt noch du noch. Danke. Ähm, hier fehlt was. Achso. Ja, warum nicht? Könnte ich hier irgendwie kurz mal austreten? Nee, schade. Ja, nur... Achso, vielleicht hier. Oder? Nee, hä? Hä? Komm ich da jetzt hin. Achso. Ich glaub, ich hab... Warum nicht? Ach, komm. Muss man mir doch was mal sagen? Ja, genau. Ja, genau. So. Aber es kommt nicht die Depp wieder. Moment. Fack mal! Das liegt gut. Seh nix. Haha. Ja? Boah, brauch mehr. Freue dich, Anes. Geh mir nicht. Du hast die falsche Taste, ey. Da. Nice. Okay. Jo. Schade. Meins. Hüpp. Meins. Hüpp. Meins. Hüpp. Ah, da seh ich schon, wo ich hin muss. Okay, dann halt einen anderen Weg. Hüpp. 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 Ihr trefft mich nicht. Nein. Moin. Ah, da könnte ich nicht hoch. Oder auch diesen Weg hier. Hüpp. 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 Hä? Ja, weiter hoch. Ja. Echt jetzt? Sonst machst du es auch immer wunderbar. Oh, Deadpool. Hüpp. 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 Tadah. Komm her. Oh, das so sah wie Bogen. Will doch hier mal was? Da hatte ich's mehr. Hier ist nix, ne? Ne. Wir schmeißen hier mit Kanaden. Da hinten. Nein! Komm her. Ja, komm. Ja, meint und gleich. Ich wollte die nur wegklatschen. Nanu? Ahll. Jetzt ist's. Ich schab irgendwie rat 13 Ł2. Joo. Ich wie meinst. So, ich muss balancieren. Ich Làち't zu Wash. Offiosoite. Nö. Nur nochmal Power Cells! Geben wir los, die Sinn ger �ебrotten und kzen. Ja, ich bin dabei. So Feuer Nice Nice Ah you didn't really want an open casket ceremony anyway Ha 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 Schade das war schon Oh komm Ne gut Hat aber spaß gemacht Mit so ist Und da muss ich höchstwahrscheinlich hin Gucke ich mich aber nochmal hier um Wer weiß Vielleicht gibt es hier jetzt durch diese Feueraktion Irgendwas geheimes dadurch was ich aufgesprengt habe Aber ich glaube wir waren hier überall schonmal ne Sieht sehr danach aus ja Oh cool und ich mache Wand Yeah So was lieb ich ja Es macht auch voll Sinn Labernet ich weiß Wir haben alles was wir brauchen um meinen super fantastischen Plan zu erzeugen Lass uns zurück zu Cape Jo Ich bin dabei Ich bin dabei Komm her Komm her Komm her Komm her Ja Ja, du willst so ärger? Okay. Küsse gleich. Hier bin ich. Nimm das und das und das auch noch. So, Fresse. Oh, cool. Da hängt die Knarre in die Wand. Oh nein, ihr schon wieder. Oh nein, nur schon wieder. Okay. Ich habe zumindest sehr gut schon mal hier die Gegner zerlegt. Aber hatten wir den schon in grün gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Autsch. Okay, jetzt muss ich ihn wieder winnen. Mein... Ja, nee. Oh, when did you do that, Tubby? Machst du schon noch? Jeb. Jeb. Dauner. Au! Das ist doch fast wie der Axel. Immer kurz. An hinten, abhauen. An hinten, abhauen. Oh! Kurz pausen. Na, 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 na. Hey! Ihr stirbt, Junge! Oh, Gottes Willen! Kickt die schon noch? Na komm, na komm. Au! Hey, komm, komm, komm. An hinten, weg! An hinten, weg! Ja! Oh, haben wir es jetzt mal. Alter, ich glaub's nicht. Na, na, na? Na, endlich! Oh, Kravil! Gott, hab ich viele Punkte, muss ich mal ausgeben. Erstmal Belohnung. Summers! Here's the last part you need. Now let's roll out! Äh, wrong franchise, buddy. Wade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my... Great, Cable! Thanks, awesome, bye! See you in the end, Kravitz! Dammit, Wade! Yo, dog! I heard you like boots. So I put my boots in this boot, so I can stop you, while I stop you. Yo! I told Cable this shit would work! It's gonna be played! It's pretty awesome! Huh? If he's from the future, why doesn't he go back in time and tell himself to stop being such a fool? Oh, good point. You should've known this was gonna work before we did. Here's the fire! Ha ha ha! Ouch! Oh! Ah! It's cool! We totally meant to do that! Yeah, we're gonna call bullshit. Oh, we have now! 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 Can we also include getting the attention of every baddie in the area? Ah! 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 Hey, hey, bad guys! Time out for a sec! Need to fix our boot! Yeah, this is gonna end well! Come on, come on, come on! Fuck my son! What? What? There we go! Well, that worked out a little better! Go, go, go! It's done for! Oh! 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 Yeah! Things still going according to plan. Don't look at me. This is all cables idea. We told him this is a bad plan Gar nicht mehr Oh nein, die tineys Ah Come here No Sure were a lot of expensive setups In that level hope peter's okay with the budget budget. Oh, we'll show him budget Yeah, watch this Hey, there's rogue flying just like us Flying right at us Deadpool look out Being upside down is fun. Deadpool, quit fooling around. Ah, the sweet southern belle from Mr. Sick. Rogue is hotter than the sun in the summertime. She says shit like that. Rogue absorbs the skills, powers, memories and anything else through skin on skin contact. Yeah, I could get down with some skin on skin contact. Being upside down is fun. Deadpool, quit fooling around. I can't hold on like this. Wait, you're rogue. You can fly. Just fly away. Fly away little rogue. Sinister is here. I could feel him nullifying my powers. I can't hold on much longer. Just hang on. Launch and load. I can't hold on much longer. Go play it just like this. Wait, you're going down. Deadpool, I'm slipping. Hold tight, Rogue. I'm killing these bastards as fast as I can. Facey wall dudes again. Those guys are tricky. Gotcha. Wait till Sinister gets his hands on you. Isn't that blockbuster? Shit. That's not good. Das wird schmerzen! Ich muss meine Hände aufhören! Schau mal! Warte, das ist unsere Hände. Wir müssen unsere Hände finden, um die Hände zu retten. Schau mal, sogar die Kontrollen sind im Hintergrund! Schau mal. Komm, Blair, herausfinde! Ist das Herr Schugums? Was ist er hier? Hey! Na, die Hände hat gut. Stopp! Stopp! Keine Ahnung, du hast keine Hände? Komm, komm, meine Hände! Das ist so scheiße zu steuern! Äh, es ist alles umgekehrt. Die gesamte Steuerung ist jetzt umgekehrt! Willst du einen Baum? Okay, jetzt geh nicht überall! Oh Gott, ey! Da geht's! Au! Ah, viel besser! Good boy! Oh, is your good doggy! That's right, Sid! Ha! Now to find the Xpade! Ooh! You know, broke! Spread out! He's gotta be down here somewhere! No one could have survived that! He's dead! Just shut up and look! We got a confirmed with Blockbuster! Ja, Leute! Aber jetzt muss ich den Part bänden! Wir sehen uns im nächsten Part! Bisschen über länger! Ich hoffe, es ist okay! Dafür gab's ja gestern kein Part! Vielen Dank bis zum nächsten Mal! Und tschüss! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier!